...dem Ensemble, Ilja Getzow. Du darfst schon mal in die Richtung Mikrofon gehen. Er singt die Pitaskaya entlang. Die Pitaskaya ist so eine lange, wichtige Straße in Moskau. Eine der Hauptstraßen, jetzt heißt sie Tverskaya. Zwischendurch hatte sie noch einen anderen Namen. Sie beginnt dann in Kreml und führt in Richtung St. Petersburg. Und ganz früher, da hat man sich so vorgestellt, dass man die Pitaskaya mit der Troika entlangfährt im Winter. Ist ja schick. Man kann natürlich auch ein bisschen zu Fuß gehen, wenn man so viel Macht hat. Und das Lied, das er jetzt singt, ist eins wirklich der bekanntesten, beliebtesten Volkslieder. Der Inhalt, der ist ganz kurz erklärt. Ein junger Mann geht die Pitaskaya entlang zu seiner Freundin, geliebten Frau, keine Ahnung, und bringt ihr als Geschenk einen Zander. Anstelle von Blumen, glaube ich. 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 Musik 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 Musik